Was Sie von uns natürlich abfordern können, sind verschiedene Unterlagen zur pauschallotierten Unterstützungskasse. Das sind einmal unsere Broschüre Erfrischend Einfach, in der wir die pauschallotierte Unterstützungskasse kurz vorstellen. Auch vom Mehrwert her, von der Zusammenarbeit mit Unternehmern, von der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und zum anderen des Kanzleiparträ, die Vorstellung von Fels als Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei mit unseren Gebäuden, mit unseren gesamten Mitarbeitern, mit den Bereichen, die wir tun, was wir insbesondere im Bereich der betrieblichen Alterssorgung leisten und tun. Daneben gibt es noch weitere Unterlagen, wie Presseinformationen, wie Zusammenstellung von Pressestimmen, verschiedene Artikel in Unternehmerzeitschriften wie Orchideal oder auch in der BVMW-Zeitschrift und verschiedene Unterlagen, die unsere Partner einfach bezogen auf unsere Einzelfrage bei uns anfordern können.